In diesem Video zeige ich dir aus der Sicht eines Uhrmachers 7 Merkmale in Bezug auf die neu vorgestellte Scuba Fifty Phathoms Kollektion. Die Swatch Kunststoffuhr wurde in Anlehnung an die Fifty Phathoms der ältesten Uhrenmarke der Welt Blancpain lanciert. Erfahre nun, was diese Swatch so einzigartig macht, weshalb das Modell von Blancpain 16.000 Euro mehr kostet. Punkt Nummer 1, die Abmaße der beiden Modelle. Beginnen wir mit dem Gehäusedurchmesser. Die originale Blancpain Fifty Phathoms wurde 1953 als die erste moderne Taucheruhr vorgestellt und feiert somit ihr 70. Jubiläum dieses Jahr. Allerdings ist das Gehäuse von damals 41 mm auf markante 45 mm Durchmesser angewachsen. Diese Größe ist keine Seltenheit bei Taucheruhren, denn die Uhren sollen nicht nur in der Theorie dem Taucher das Überleben wahren. Nein, Tauchzeit und verfügbarer Sauerstoff müssen auch in der Praxis immer im Blick behalten werden können. Da die Marke Blancpain zum Konzern der Swatch Group gehört, wäre es für die Marke Swatch ein leichtes gewesen, das Gehäuse fast exakt zu kopieren. Dennoch kommt die Scuba Fifty Phathoms von Swatch in 42,3 statt 45 mm Gehäusedurchmesser. Für die Masse eine deutlich tragbarere Größe, speziell auch im Alltag. Wenn man bedenkt, die beliebte Rolex Daytona hat einen Lack-to-Lack, also Horn-zu-Horn-Abstand von 46 mm. Ideal an Handgelenken wie meinem von 16,5 cm. Die Scuba Swatch trägt mit 48 mm etwas mehr auf, wohingegen die Blancpain knapp 51 mm misst und daher für meinen Geschmack nur etwas für kräftige Arme über 17 cm Handgelenksumfang oder über dem Neoprenanzug eben ist. In der Höhe unterscheiden sich die beiden Modelle hingegen weniger. Die Swatch ist 14,4 mm hoch, hingegen ist die Blancpain mit 15,4 mm einen Millimeter höher. Beides nicht gerade flach, aber für Taucherohren nichts Außergewöhnliches. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben und den Videos fleißig den Daumen nach oben schenken. Vielen Dank, diese Unterstützung motiviert mich enorm, solche Videos zu produzieren. Punkt Nummer 2, das Material. Ja, die Blancpain gibt es in unterschiedlichsten Materialien, ob Stahl, Titan oder Roségold. Von leicht robust bis hin zu schwer und hochwertig wie Gold ist eine Auswahl geboten. Materialien, die langlebig sind und stets einfach zu bearbeiten, sei es durch Schleifen, Schweißen oder Strahlen. Eine Aufarbeitung ist also von ausgebildeten Experten durchaus möglich. Die Swatch hingegen kommt zwar in unterschiedlichen Farben, angelehnt an die Farben der Meeresschnecken, die in den fünf Ozeanen unserer Erde leben, allerdings ist alles, sowohl Gehäuse, Krone und Lünette aus dem selben Material gefertigt. Eine Art Keramik, die sich bei Swatch Bio-Keramik nennt. Bio-Keramik, entwickelt und patentiert von Swatch, ist eine einzigartige Kombination aus zwei Dritteln Keramik, wie sie für High-End Uhren verarbeitet wird und einem Drittel Bio-basiertem Material aus Rezinusöl. Das Ergebnis ist ein sehr robustes, kratzfestes Produkt mit einem seitig-matten Finish. In puncto Langlebigkeit kann ich nur wenig dazu sagen. Deutlich robuster als das Standard verwendete Kunststoff, bei Swatch-Uhren ist diese Keramik aber ganz bestimmt. Eine Aufarbeitung hingegen ist mir unbekannt und daher nicht möglich. Zu erwähnen gilt noch, die einseitig drehbare Lünette der Swatch ist zwar kratzresistent, so sehr wie die farbige Saphir-Lünette, bei Blompon aber nicht. Gehalten wird das Gehäuse bei beiden Uhren von einem sogenannten NATO-Strap. Bei Blompon ein Textilarmband aus Nylon gefertigt, wie es viele können. Nylon kommt bei Taucheruhren gerne zum Einsatz, da es sich durch eine besonders hohe Elastizität und Haltbarkeit auszeichnet. Gleichzeitig ist das Textilmaterial atmungsaktiv. Swatch hingegen möchte in puncto Nachhaltigkeit glänzen und fertigt NATO-Armbänder aus recycelten Fischerfangnetzen, die aus dem Meer entfernt werden. Im Alltag sind NATO-Bänder sehr angenehm zu tragen, schminken sich leicht an und machen eben fast alles mit. Wasser oder Kratzer sind keine Gegner, elegant oder edel sei dahingestellt. Punkt Nummer 3, System 51. Was verbirgt sich wohl hinter diesem Namen System 51? Nun ja, das Uhrwerk mit der Kaliberbezeichnung C10111 wurde zusammen mit ETA entwickelt. ETA ist der Werkhersteller, das Swatch Group für euch zur Info. In weniger als zwei Jahren wurde ein mechanisches Uhrwerk aus lediglich exakt 51 Teilen entwickelt und 2013 vorgestellt. Daher der Name System 51. Offiziell gehalten von nur einer Schraube, was in meinen Augen auch viel Marketing ist, denn an Stellen, wo sonst normalerweise Schrauben eine Brücke halten würden, werden Stifte mit einem Laser verschweißt. Es ist also nicht außergewöhnlich konzipiert und kommt daher mit lediglich einer Schraube aus. Gefertigt wird dieses Werk überwiegend automatisiert, was den Preis und die Stückzahlen widerspiegelt. Uhrmacherisch nicht wirklich etwas Besonderes, technisch dank einer hochmodernen Fertigung und Kunststoffteilen hingegen doch. Swatch verspricht mit dieser Uhr eine wartungsfreie mechanische Uhr für 20 Jahre. Sagen wir mal so, eine Wartung wäre auch nicht möglich. Das Automatikwerk, welches mit einer Gangreserve von 90 Stunden, also drei Tage Gangdauer, bei Vorlauf zu kommt, ist im Gehäuse der Uhr fest verschweißt, also unzugänglich. Zwar sollen ein Anker und ein Ankerrad aus Kunststoff, zwei wichtige Komponenten der Hemmung, wartungsfrei auskommen, dank selbstschmierender Eigenschaften. In der Praxis bin ich da etwas skeptisch. Wir werden es in der Zukunft sehen. Ebenso wirbt Swatch mit einer Novakron Spiralfeder, die traditionell hergestellt wird, aber mit einer amagnetischen Legierung auf Titanbasis, welche die Magnetkraft kompensieren soll, beschichtet ist. Definitiv wichtig, weil man Magnetismus nicht unterschätzen darf und Silizium zu teuer wäre. Entmagnetisieren hingegen kann man auch mit einem eingebauten Werk, ein Werk aber revidieren, also überholen, warten nicht. Was mich also wirklich stört, ist kein Zugang zum Uhrwerk zu haben und der Verzicht auf Schrauben, um dieses zu warten. Denn es wird der Tag kommen, an dem die Uhr vom Arm fällt oder Altersbeginn stehen bleibt. Was dann folgt, ist die Frage. Eine Reparatur jedenfalls ist nicht möglich. Punkt Nummer 4, Kaliber 1315 vom Plamport. Ganz anders ist es mit der Plamport. Hier ist eine Wartung des Kalibers 1315, welches in der aktuellen Fifty Fathoms Automatik verbaut ist, durchaus gewollt. Das Manufakturkaliber 1315 mit automatischem Aufzug und einer enormen Gangreserve von bis zu 120 Stunden läuft nach Vollaufzug ganze 5 Tage, ohne getragen zu werden. Das Uhrwerk ist nicht nur schön anzuschauen und von höchster Qualität, nein, es ist zudem aus 227 Teilen gefertigt und mit einer Siliziumspirale ausgestattet. Silizium auch alleine aus dem Grund, dass dieses sensible Teil nicht von Magnetismus beeinflusst wird und so den Gang der Uhr verändert. Plamport ist definitiv keine Massenware und Uhrwerke aus dieser Manufaktur sind wirklich etwas Besonderes. Schaut selbst durch den Glasboden der Uhr. Kommt es hier einmal zum Stillstand oder einem Defekt, dann kann ein ausgewildeter Uhrmacher das Werk warten und die Uhr wieder ticken lassen. Gemacht, um zu begeistern für die Ewigkeit. Wäre ja auch schade, wenn eine Uhr, die bei einem Listenpreis von 16.000 Euro nicht repariert werden könnte. Deutlich wertiger als die Swatch, sei es in der Fertigungstiefe, der Teile, der mechanischen Umsetzung oder dem verwendeten Material, bei einem derart hohen Preis darf man eben auch mehr erwarten. Punkt Nummer 5. Robust im Alltag. Ja, wie schlägt sich hier die Swatch im Vergleich zu Plamport? Technisch gesehen ist die Plamport deutlich robuster gegenüber Wasser. Mit einer Wasserdichte von 300 Metern übertrifft dies die Swatch um ganze 210 Meter. Witzigerweise, das Urmodell der Fifty Fathoms von Plamport war ca. 9 Bar wasserdicht. Daher auch der Name. Denn jetzt kommts. Fifty Fathoms, englisch für 50 Faden, erhielt diese Automatikuhr aufgrund ihrer Wasserdruckdichtigkeit bis zu einer Tiefe von 50 nautischen Faden. Das entspricht ungefähr 91,45 Metern Tiefe oder ca. 9 Bar Druckunterschied. Kommt eben aus der Seefahrt. Seit 1997 liegt die Wasserdichtigkeit der Plamport mit 300 Metern im Standardbereich heutiger Taucheruhren. Im Bezug auf den Alltag für die meisten von uns vermutlich kein Problem. Daher wählt Swatch auch 9 Bar, um an das Urmodell der Fifty Fathoms anzulegen. Vorgänger der Scuba Swatch sind nämlich 20 Bar wasserdicht. Es wäre also vermutlich kein Problem gewesen, diese Dichte umzusetzen. Gerade auch die Scuba, die ich hier am Handgelenk habe, hat auch eine Wasserdichte von 200 Metern. Oder auch hier habe ich noch ein sehr altes Modell, auch eine Scuba, die hat auch schon eine Wasserdichte von 200 Metern. Ob die aktuelle Fifty Fathoms Scuba jetzt auch eventuell dieser Wasserdichte standhalten würde, sei mal dahingestellt. Ich glaube ja. Betrachten wir aber die Mechanik der beiden Modelle, so ist hier allgemein zu sagen. Mechanische Uhren sind immer empfindlicher als eine batteriebetriebene Uhr, in welcher deutlich weniger sensible Teile wie die schwingende Unruh etwa verbaut sind. Hier möchte ich also keine der beiden Modelle hervorheben, wenngleich bei einem Defekt mit der Swatch ein geringerer Schaden daherkommt. Kratzern ist die Swatch wohl eher ausgesetzt, da Kunststoff einfach weicher ist als Stahl oder Titan. Bei den Modellen aus Gold hingegen ist dann doch mal schnell ein Kratzer in der Uhr. Punkt Nummer 6. Wie sieht's mit dem Werterhalt aus? Kurz noch zum Werterhalt der beiden Modelle. Die Plonport wird aktuell unter Liste gehandelt. Was so viel heißt wie, wenn ihr diese zum offiziellen Preis von 16.000 Euro kauft, dann ist diese nach dem Kauf bereits weniger wert. Bei dieser Uhr also vielleicht versuchen, etwas zu handeln mit dem Händler oder einen Händler suchen, der diese unter dem UVP bereits verkauft. Als eine Uhr, die stark an Wert gewinnt, würde ich also die Fifty Fathoms nicht einschätzen. Alleine schon wegen der doch nicht allzu großen Bekanntheit der Marke. Aber wer weiß, wie sich dies in der Zukunft entwickelt. Bei Swatch-Uhren lässt sich allgemein sagen, bei einem derart geringen Preis sprechen wir wohl kaum von Werterhalt. Swatch-Uhren sind Kult und das schon sehr lange. Wer weiß, vielleicht wird dieses Modell ja zu einer Ikone und vorübergehend über Liste gehandelt aufgrund der Nachfrage. Langfristig glaube ich aber nicht. Und nun zum letzten Punkt und zwar Punkt Nummer 7. Gab es sowas schon einmal? Gab es so eine Kooperation vielleicht schon mal? Zu diesem Punkt noch so viel. Swatch hat diese Art der Kooperation bereits einmal in der Vergangenheit gemacht. Das Ergebnis war die Omega Moon Swatch, eine Uhr, die der legendären Omega Moon Watch, die einst bei der Mondlandung am Arm getragen wurde, nachkommt. In unterschiedlichen Farben zugeordneter Planeten unseres Sonnensystems war und ist noch immer ein regelrechter Hype um diese Uhren entstanden. Selbst heute, knapp eineinhalb Jahre später, ist diese Moon Swatch noch immer schwer zu bekommen und Leute stehen Schlange vor den Swatch-Stores. Für Omega und Swatch ein guter Schachzug in Bezug auf gelungenes Marketing. Mit der Marke Blampon, welche als das etwas kranke Kind der Swatch Group gilt, sage ich jetzt mal, nicht wegen der Qualität, sondern dem Absatz der Uhren, versucht man in meinen Augen nun an den Erfolg der Moon Swatch und Omega anzuknüpfen. Wie seht ihr das? Würdet ihr eine Scuba Fifty Phelps kaufen oder habt es schon? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare unter diesem Video. Ich für meinen Teil finde die Uhr cool und optisch definitiv ansprechend. Was mich als Uhrmacher allerdings etwas abschreckt, ist der Aufbau der Uhr, der es mir nicht ermöglicht, diese einmal zu reparieren. Und um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Beste Grüße, dein Simon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.